Zwölf Prozent der griechischen Bevölkerung sind kleine Bauern. In den Supermärkten finden sich holländische Tomaten, aber weniger griechische. Es finden sich sogar deutsche Zucker. Deutsche Zucker. Genau. Wir sind durch die EU-Politik, unsere Zuckerindustrie haben die Zuckermarkt. Nehmt die Zahl derjenigen unter den Landarbeitern Bauern zu, die den Grexit wollen? Es gibt eine Tendenz der Jugend in der Agrarwissenschaften, sich zu betätigen. Weil sie mindestens die elementarsten Sachen ihres Lebens absichern können. Ich glaube nicht, dass die von der EU austreten wollen. Die wollen, dass man eine andere Agrarpolitik macht. Und wie ist die Front, die den Grexit in Griechenland will? In Griechenland spielt man mit das Wort Grexit, weil die meisten, die damit spielen, wissen, dass es nicht passieren wird. Und habt ihr vielleicht unterschätzt die Lust des Imperialismus, euch zu demütigen und überschätzt die Widersprüche zwischen Draghi und dem Schäuble? Man darf nicht die andere Seite unterschätzen. Das ist das große Fälle in der Politik. Habt ihr das vielleicht? Das tue ich nicht. Und hat das vielleicht im Anfang Siriza, weil es keinen Plan B gab? Es gibt mehrere Formen von Plan B, aber die sind nicht zum Benutzen. Das heißt, die Karte Russland und die Karte China ist tabu? Nein, Russland und China, wie ich auch jetzt beschrieben habe, sind normale Handels- und Investitionspartner für uns, so wie für Deutschland und alle anderen Länder sind. Der größte strategische Partner in Deutschland ist China. Warum sollen wir nicht mit China auch Handeln treiben, wo wir das einzige europäische Land sind, das so lang und alt ist wie China? Aber die Amerikaner wollen ja, dass... Die Amerikaner machen ein sehr gutes Geschäft mit China. Und die würden aber auch gerne... Aber die Russland, ihr Handel ist gestiegen letztes Jahr. Ja, ja, aber sie wollen ja gerne, dass man euch über den ökonomischen Druck dazu bringt, dass ihr kein Betto gegen die Ukraine, gegen die Ukraine-Politik. Nein, nein, nein. Die wollen uns nicht atmen lassen, weil wir eine andere Politik und eine andere Hoffnung vertreten. Die Amerikaner auch? Ich sage, wer gegen uns ist. Viele Amerikaner und die Obama-Administration würden sagen, dass sie uns gegenüber positiv stehen, weil die sagten zu den europäischen Führungen, dass mit der Politik, was sie treibt, bringt ihr vielleicht wieder die Weltkrise. Letzte Frage. Dieses Lied, hat das vielleicht, wird das vielleicht nochmal stattfinden oder würdest du beim nächsten Mal etwas weiter wegstehen? Na, das ist We Are The World. Das Lied, muss ich sagen, das hat mir geärgert die NATO-Leute, weil sie herausgefunden haben, dass es ein Friedenslied ist. Ich war in der Türkei, zwei Tage lang in Verhandlungen mit der türkischen Führung. Der türkische Gastgeber hat zu mir gesagt, komm hoch zum Singen. Das wäre doch mal zu sagen, ich singe mit dir nicht. Würdest du... Das ging, ob ich mit ihm zusammen singen würde. Das waren nur die schlimmsten Gangster, die da oben standen. Ja, das war NATO, aber ich wurde eingeladen, nicht von NATO, sondern von meinem türkischen Kollegen, mit dem ich ein normales Verhältnis aufbauen muss.